Ja, Rönfried TV begrüßt jetzt Herrn Jankowski aus Wattenscheid. Herzlich Willkommen. Was ist für Sie in der Taubenversorgung wichtig? Also ich bin ja ein Freak, sage ich mal, ich halte meine Tauben total Natur. Die bekommen täglich aufgefangenet Regenwasser und die billigste Fütterungsweise und erstaunlicherweise sind die Tauben top. Aber was mich jetzt hier an Rönfried interessiert, dass sie jetzt auf Natur einschwenken, so wie ich das beobachte. Und das letzte Rönfried Video, was ich ganz super fand, da ist mir Blitz ins Auge geschossen. Und in der Vergangenheit habe ich immer von Silvester Sott und anderen Kollegen, die sehr gut schicken, die haben einmal die Woche Blitz angewendet. Das werde ich auch mal bei der Reise in Erwägung ziehen. Also liebe Zuschauer, Sie sehen, auf der Naturbasis von Rönfried können wir immer mehr neue Züchter gewinnen. Auch Herrn Jankowski, vielen Dank für Ihre Aussagen. Alles klar, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.